Seit Wochen ist die Wetterlage eigentlich weitgehend eingefahren. Es ist nicht immer so auffällig gewesen, aber wir haben ein stabiles Hoch über Nordeuropa, teilweise auch über uns hier in Westeuropa hängen. Und auf der anderen Seite kommt immer wieder hier aus Südeuropa Sahara-Staub bis zu uns nach Europa geströmt. Das hier ist die Lage am Donnerstag in der nächsten Woche. Schon wieder Sand- und Staubstürme und Sand und Staub erreicht schon wieder den Mittelmeerraum und zieht dann später wahrscheinlich zum Freitag und Samstag Richtung Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Sonntag am 1. Mai hier bei wetter.net. Diese Blockade-Wetterlage, die eingefahrene Wetterlage, bleibt wahrscheinlich auch in den ersten 14 Tagen vom Mai bestehen. Das heißt weiterhin, besonders im Nordosten und Norden, wenig Niederschlag. Ab und zu mal hier und da ein paar Höhentiefs im Süden. Die bringen einzelne Schauer und Gewitter, aber ansonsten passiert da relativ wenig. Das hier ist beispielsweise die Prognose für nächste Woche Donnerstag, was den Niederschlag angeht über Europa. Und wir sehen eigentlich weite Teile Europas bleiben trocken, nur ganz vereinzelt. Gibt es mal ein paar Regionen, wo etwas Niederschlag fällt. Es ist einfach so, dass das Hochdruckgebiet sehr dominierend ist über Europa und es hält uns alle Tiefausläufer vom Atlantik fern. Diese blockierende Wetterlage wird sich nur eine lange Zeit lang halten können. Davon gehe ich aus. Wir sehen hier das Hochtim aktuell über der Nordsee mit seinem Zentrum und es ist wirklich breit aufgestellt über den ganzen Kontinent, bis nach Nordeuropa, bis nach Osteuropa. Da passiert beim Wetter eigentlich relativ wenig. Wenn mal was passiert, dann eigentlich nur, wenn sich mal ein Höhentief reinmischt, wie jetzt gestern und heute bei uns im Süden des Landes. Da kann es mal einzelne Schauer und Gewitter geben. Die gibt es auch heute zum 1. Mai, besonders im Süden des Landes, aber auch teilweise in der Mitte. Da kann es vielleicht zum Nachmittag mal hier und da für ein kleines Gewitter reichen, für einen kurzen Schauer. Aber ansonsten bleibt es heute weitgehend niederschlagsfrei. Es gibt aber schon ein paar mehr Wolken als Sonnenschein. Insgesamt nicht so ein wunderbar schöner erster Maitag, aber für eine Mai-Tour reicht es doch weit verbreitet aus. Die Temperaturen steigen bis heute Nachmittag auf 13 bis knapp 19 Grad. Die 18, 19 Grad gibt es entlang des Rheins. Wie geht es in der kommenden Nacht weiter? Nun, der Himmel ist im Wechseln teilweise stark bewölkt und die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 8 bis 2 Grad. Die tiefsten Temperaturen gibt es hier Richtung Norddeutschland. Da ist auch mal stellenweise vielleicht hier und da Bodenfrost nicht ganz ausgeschlossen. Wie geht es nächste Woche weiter in der 1. Mai-Woche? Nun, zumindest nicht kalt frieren müssen wir nicht. Am Montag 15 bis 19 Grad, der Dienstag 14 bis 20 Grad. Insgesamt viele Wolken, aber auch immer wieder etwas Sonnenschein. Hier und da noch mal einzelne Schauer und Gewitter aufgrund eines Höhentiefs. Aber der Norden geht weiterhin sehr leer aus, was den Regen angeht. Auch der Mittwoch im Norden trocken, im Süden freundlich. Das Ganze bei Temperaturen um die 14 bis 21 Grad. Was bringt die zweite Wochenhälfte? Nun, keine große Wetteränderung. Es wird sogar noch ein bisschen wärmer werden. Die Temperaturen 15 bis 22 Grad am Donnerstag. Auch der Freitag wechselnd bewölkt. Vor allen Dingen im Süden ein paar mehr Wolken. Trocken bei 14 bis 23 Grad. Und wir blicken auf den Samstag. Und auch da bleibt es angenehm warm. 14 bis 23 Grad frühlingshafte Temperaturen. Und dazu scheint oftmals die Sonne. Hier und da ziehen auch mal ein paar Wolken vorüber. Aber wir stellen eben fest, der Regen, der bleibt erstmal weitgehend aus. Und hier mal als Beispiel die Frühtemperaturen nächste Woche am Donnerstagmorgen. Wir sehen also Luftfrost ist da überhaupt kein Thema. Die Frühtemperaturen 5 bis 10 Grad über 0. Da wird sogar mit Bodenfrost knapp. Vielleicht mal hier im Nordwesten so ein geringes Risiko für Bodenfrost. Aber im Rest von Deutschland das Ganze erstmal eher frostfrei. Keine Gefahr für die Hobbygärtner. Keine Gefahr für die Obstbauern. Die nächste Woche, die bleibt in den meisten Landesteilen frostfrei. Zumindest was den Luftfrost angeht. Und wir schauen hier auf die Wetterlage von Donnerstag nochmal. Und zwar auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sind keine kalten Luftmassen mehr über Deutschland unterwegs. Die große Kälte ist abgedrängt. Bei uns in 1500 Metern Höhe. So 2 bis 5 Grad in der Nordhälfte. 6 bis 10 Grad plus in der Südhälfte. Und damit bleibt es bei diesen angenehm warmen Frühlingstemperaturen. Und auch nächste Woche Samstag immer noch hoher Luftdruck hier bei den britischen Inseln. Die blockierende Hochdruckwetterlage bleibt bestehen. Bei uns hier in Deutschland auch keine tiefen Temperaturen. In 1500 Metern Höhe 2 bis 6 bis 7 Grad über 0. Völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Und das wird uns auch gleich nochmal die Ensemble-Prognose bestätigen. Ja und ein paar Tage später Richtung 13. Mai, Freitag der 13. Mai. Da berechnet sogar das ein oder andere Wettermodell noch höhere Temperaturen. Aber ich würde das erstmal als Ausreißer einstufen. Das beispielsweise war eine Prognose vom amerikanischen Wettermodell von ein paar Stunden. Da haben wir ja teilweise bis zu 15 Grad in Süddeutschland in 1500 Metern Höhe. Das würde uns unten am Erdboden wahrscheinlich 25 bis 28 Grad bringen, wenn es denn so eintritt. Aber wie gesagt, das war erstmal nur eine Ausreißerberechnung. Und die sollten wir wirklich nicht überschätzen. Das schauen wir uns in ein paar Tagen nochmal etwas genauer an. Der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für Norddeutschland bis zum 16. Mai. Ja und wir stellen fest, wir bleiben insgesamt mit der roten Linie bei der braunen Linie. Die braune ist das Klimamittel, die rote das Mittel aus allen aktuellen Berechnungen. Da gibt es weder große Ausreißer nach oben noch große Ausreißer nach unten. Aber relativ schwache Niederschlagssignale. Wir schauen nach Westdeutschland, hier auch bis zum 16. Mai. Aber dieses Mal auf die Regensummen. Und viel ist hier nicht zu erwarten. 16, 17 Liter Niederschlag pro Quadratmeter im Mittel bis zum 16. Mai nur. Da gibt es Ausreißer nach oben bis zu 40 Liter. Aber auch ganz viele nach unten. Die sehen gerade mal 0, 1, 2 oder 3 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Verschieberitis in Sachen Niederschläge immer weiter nach hinten. Wird alles weggeschoben. Und wenn wir mal genauer hinschauen, dann sehen wir eigentlich, es bleibt trocken bis zum 8., 9. oder gar 10. Mai. Erst dann gibt es nennenswerte Niederschlagssignale. Also da kommt wieder auch für den Westen eine längere trockene Phase zu. Im Osten des Landes die Temperaturen in zwei Metern Höhe, so um die 15 bis 20 Grad. Später auch ein paar Ausreißer Richtung 25, 26 Grad. Aber wie gesagt, das sind erstmal nur die Ausreißer. Und wir schauen hier auf Niederschlagssignale. Auch da nur ganz geringe Signale zu erkennen. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier das gleiche Bild. 15 bis 20 Grad in den nächsten Tagen. Auch hier die Ausreißer bis zu 25 Grad. Aber Eisheilige sind nicht zu erkennen. Also kein großer Temperatursturz, kein Nachtfrost. Da können wir wirklich entspannt sein erstmal bis zum 16. Mai. Aber dafür immer wieder mal einzelne Schauer und Gewitter im Süden des Landes mit dabei. Der Blick auf die Mitte des Landes hier, auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe wieder mal. Und wir sehen, ganz langsam wird es wärmer. Das Mittel aktuell so bei 2 bis 3 Grad in 1500 Metern Höhe. Und später 7, 8 oder 9 Grad in 1500 Metern Höhe. Es gibt also einen Trend zur Erwärmung. So Richtung Ende der ersten Monatshälfte vom Mai. Das heißt unten am Erdboden schon mal öfters verbreitet. 20 bis knapp 25 Grad. Und Niederschlagssignale sind kaum nennenswert mit dabei. Also es bleibt auch hier eher bei der längeren trockenen Wetterphase. Wir blicken mal auf die Temperaturabweichungen für die erste Maiwoche vom 2. bis zum 9. Mai. Und zwar die Berechnung vom europäischen Wettermodell. Also die erste Maiwoche könnte besonders im Norden, im Osten und im Südosten noch etwas unterkühlt ausfallen. Aber wir schauen noch ein bisschen weiter. Und zwar auf die Woche danach, der 9. bis 16. Mai. Und siehe da, da sehen wir die Farbe rot. Das heißt, diese Woche, 9. bis 16. Mai, könnte dann etwas zu warm ausfallen. Und das in ganz Deutschland. Und danach 16. bis 23. Mai auch. Punktuell noch so ein paar Bereiche, wo diese Woche etwas wärmer ausfällt als das Klimamittel. Im großen Rest weiße Farben. Das heißt insgesamt normal temperiert. Und was machen die Niederschlagsabweichungen? Wir hatten es schon mehrfach gesagt, der Frühling ist bisher deutlich zu trocken bei uns in Deutschland. Da ist das Regensoll gerade mal zu 37. bis 40. Prozent erfüllt. Der Frühling ist aber schon zu 66. Prozent vorüber. Da müsste der Mai jetzt mal richtig was liefern in Sachen Niederschläge. Aber es sieht eher mau aus. Das hier sind die Niederschlagsabweichungen für die 1. Maiwoche, 2. bis 9. Mai. Und wir sehen ein Defizit in ganz Deutschland, besonders hier im Westen und Südwesten, zu wenig Niederschlag. Wir schauen auf die Woche danach, 9. bis 16. Mai. Auch hier weit verbreitet immer noch ein leichtes Niederschlagsdefizit. Zu wenig Regen bis Mitte Mai. Und ich habe sogar noch eine Woche mitgebracht, 16. bis 23. Mai. Da sehen wir die Farbe weiß. Das heißt hier mal insgesamt Regensummen, die dem langjährigen Durchschnittswert entsprechen könnten. Naja, das sieht nicht wirklich nach einem sehr nassen Mai aus. Eher das Gegenteil. Es könnte der dritte eher zu trockenen Monat in Folge werden. Und er scheint nicht wirklich das Defizit aus März ausgleichen zu wollen. Der März brachte ja fast 90 Prozent zu wenig Niederschlag. Der April brachte knapp 100 Prozent. Aber der Mai, naja, mal gucken, wo der am Ende rauskommt. Wahrscheinlich eher ein zu trockener Frühlingsmonat. Ja, das war es vom Wetter am 1. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und bis zum nächsten Mal.